Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Runde am Mord Warfare. Auf der Karte wieder Wüstenquerung und mit dabei haben wir heute den XM1A3 Stufe 10, der Amerikaner. Das ist der größte Apprems, den sie da haben. Das ist auch ein schönes Engel hier. So, das ist so ein guter Autoloader. Wenn das Magazin geladen ist, können wir alle 2 Sekunden einen Schuss abgeben. Ansonsten müssen wir 14,4 Sekunden warten, bis das Magazin wieder nachgeladen ist. So, dann wollen wir mal schauen, wo wir hinfahren. Ich denke mal, wir fahren mal zu 1, muss kaum was drüben. Auf das Radar abgeschlachtet werden. Dann haben wir noch einen MX1 A3. Ah, der ist schon auf der Spur. Okay. Mal gucken, ob das da erwartet. So, da haben wir schon Fallen drinnen. So, da haben wir wieder viel mehr hier. Und wir haben mal eine Runde in den Dreck geschossen. Wir haben auch wieder einen Abpraller. Wir stehen natürlich wieder total ungünstig. Und keiner rückt nach mir. So. So, da haben wir mal eine hier. Da haben wir nichts mehr genutzt. So. Und die rücken wir immer noch nicht weiter vor. So, da haben wir noch mal der AMX. Hm. Flärm so flattern man in der Hose. Keine Ahnung. Sind auch ganz schön viele Gegner da. Da muss man ja auch dazu sagen. So. So, dann wollen wir schnell mal runterrauschen. Obwohl das eigentlich Schwachsinn ist. Weil jetzt sind da so viele. Wir machen hier erstmal eine Halteposition. Und die haben nämlich eins komplett überrannt. Das ist halt doof. Wir warten mal. Und schon mal der Leo. So. Noch. Äh. Zwei Leos. Mal gucken. Können wir uns den mal anschließen. Beep. So. Ich denke mal da wird sich gleich der Dings ändern. Pro Ziel. Und wenn wir eins wohl nicht mehr bekommen. So. Und die haben wir natürlich gewartet. So. So. Ena hat getroffen. Ena ist mal wieder. Ins leere hier. Ach. Da steht auch noch. Ah. Der kommt nicht rüber. Okay. Na. Kommt er rüber? Oder kommt er nicht rüber? Ach. Der hat doch auch seine Scheiße hier. Wenn es nicht rüber geht. Instagram. Dann sind es da. Dann können wir es nicht anbieten. Das ist manchmal schlecht zu sehen, ne? Oh, der wird nach unten hinweg. So, dann kommt der andere da oben raus. Natürlich nicht. Feigling. So, dann ist natürlich ein Täter-Treffen gekommen hier. Den Mist. So, zu sehen bin ich nicht. Doch jetzt. Oh, da ist er wirklich abgebräut, der Schuss. Kann ja jetzt nicht wahr sein. Ich bin doof jetzt hier hinterher zu fahren. Gleich wieder hier offen und Fokus-Feier. Und wie ist der Fuchs haltet hier? So, runter. Weg hier. Der wird bestimmt noch einen Pfanzer am Arsch haben. Okay, der hat keine Lust hinterher zu fahren. Ach Mist. Können wir schon mal reparieren? Ah, der ist natürlich jetzt ungünstig. Weil ich hier stehe. So. Genau, wir schießen jetzt mit der Laterne um. Und den haben wir aber trotzdem eh eh eh. Aber trotzdem ständig mit dem Arsch. Sehr, sehr ungünstig. Alter, jetzt kommt hier noch einer. Ach, jetzt habe ich mal wieder nicht getroffen. Danke. So, jetzt haben wir einen kleinen Vorsprung. Mal gucken, ob wir das halten können. Aber ich glaube, ich werde mal schneller zu reparieren fahren, wenn ich da noch hinkomme. So, jetzt stellen wir unseren Weg hier ein bisschen einnebeln. Naja, war ja klar, dass ich da nicht wieder durchkomme. So, wir sind alle noch ein Stück weit weg. Bin gerade nicht offen, also denke ich mal, ich komme zum Reparieren. So, wir müssen schon mal zu pieren. So, wir haben jetzt wieder ein Teil repariert hier, ist schon mal okay. So, wir reifen uns natürlich vier an. Oh, jetzt stellt sich das um, das ist schon mal sehr gut. Und der hat schon mal auf mich geballert hier. Ich bin offen und ich sehe die nicht. So, sieben ist okay, sieben wird geholt. So, dann haben wir hier noch ein bisschen gesehen. Stimmt ja gerade günstig. Oh, jetzt kommt der von hinten auch noch. Aber den haben wir noch in der Mitte gehebelt. Ach, ja, ja. Ist so ein schlimmer, wenn irgendetwas hinterher fährt. Aber doof. Aber campen wollen wir ja auch nicht. So. Schluck Fanta. So. Mal mal wieder losjuckeln. Mal wieder losjuckeln. So. So. Den haben wir rausgenommen. Der stört uns da oben nicht weiter. Oh, nee. Jetzt stell du dich nicht dahinter. Lass mal ein bisschen Platz. So, sehr schön. So, also stellen wir hier von der Landebahn weg hier. So, ja, sieht doch jetzt gut ausfällt. Kann man nicht schmeckern. So, ja, sieht doch aus. So, ähm. So. 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 So, damit das hier unten aus Da bin ich auch geflanken Sehr schön So, kommen wir geiler Sohren, der ist gekommen und so Kräuter Was? Ja, sauer und sagt, bist du mitten im Hof? Ach so. Ich hab doch was gesagt Nö, 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 nö. Nö, komm nicht an hier So, auf jeden Fall hab der den gehört jetzt so So, damit kann ich halt die Runde abschließen ist gleich was ist gleich ich muss noch was vorbereiten untere drittel so das soll dann erst mal gewesen sein für die folge ich hoffe ihr hattet viel spaß und weiterhin viel spaß ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal ansonsten wird es euch gefallen das könnt ihr euch ein like da lassen ansonsten wenn ihr irgendwelche anregungen habt könnt ihr es es kommentieren und damit